Ich schieße immer auf diese Goldplättchen da an den Füßen. Ja ich auch, aber macht zwar auch einiges an Schaden, aber so viel wie du? Ja gut, es wird an meiner super Waffe hier liegen, die 100x3 Damage macht. Aber dafür hat sie halt nur Einzelschuss, so wie eine schnelle Lee Enfield, so wie die M14. Boah, es bringt einiges an Geld. Ja, 5 Rubel ein, so ein Splitter. Ja, das war ja auch. Meins. Aber ich bekomme dadurch auch Geld. Verdammt. Ja. Wir müssen teilen, oh nein. Ich habe in den Kommentaren gelesen, alles wird geteilt, außer die Waffen. Genau. Iridium. Ich bring die um mit dem Iridium. Iridium ist schon eine super Sache. Ja. Einiges gebrauchen. Kann man das irgendwo eins zu eins gegen Geld tauschen? Für einen Spielautomaten meins? Nee. Ah, okay. Ist auch nochmal schön Muni abgegriffen. Wow! Ich war das wirklich nicht jetzt. Nöööö. Es war der Schneehaufen. Ähm. Ah! Sesam öffnet sich. Sesam öffnet sich. Oh, uah, komm runter, komm runter, ich habe hier irgendeinen Hebel einfach umgelegt. So was gab es so mal in Half-Life oder in Half-Life 2 oder in Half-Life 3 oder in Half-Life 4 oder in irgendeinem Half-Life, kommt mir bekannt vor, Automaten. Gibt es hier was Gutes? Oh, Rifle 23-20? Nein, die behalte ich. So, Moment, ich muss schnell verkaufen. Ich kann auch noch was verkaufen. Weg, du bleibst da, du bleibst nicht da. Weg, weg und weg. Weg, du bist doch Assassin, oder? Ja. Wie wäre es mit maximale Gesundheit 111 dazu und Gesundheitsregeneration von 2,8? Ich habe zurzeit auch nichts schlechtes, das habe ich gerade vorhin bekommen. Ich schaue nochmal mal. Ich kann es dir mal fallen lassen. Zack. Ladegeschwindigkeit plus 19% und Schildkapazität plus 190. Hier nimm es einfach mal und entscheide. Dankeschön. Mh, Munition. Ich kann nichts kaufen. Brauch Kanaten. Jam, jam. Brauch alles. So, jetzt aber. Weg. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Du bist mein Milions der Kunde. Du bist mein Milions der Kunde. Komm jederzeit wieder. Okay. Weiter geht die Party. Ab durch die Türe. Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Na, woher ist das? Ja. Hm. Ja. Ich verrate es mal nicht. Ich bin wirklich gespannt, ob es die Zuschauer wissen. Dann verrate ich es auch nicht. Ja, ja. Ja. Oh. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Guck mal da vorne. Wow. Yay. Das ist doch unser Sanctuary. Ich bin der Hammer. Hey Killer. Ich habe die Stadt gefacet. Tatsächlich? Komm so schnell wie möglich zurück. Wir müssen fahren. Jetzt das Sanctuary wieder aufgetaucht ist. Kannst du jede Schnellreisestation nutzen, Schau mal hier ist eine Ladegeschwindigkeit 17% und Schildkapazität 100% dazu. Ich habe 19% und 100% und was. Oh. Okay. Ich wusste ja nicht, dass du sowas viel besseres bist. Oh ja. Hm. Bis bald mein Freund. Wir haben die Stadt wieder gefunden. Ja, aber wir sollen uns hierhin porten. Ah. Hier gibt es irgendwelche Drachen oder sowas. Drachen? Hey Drache. Erstmal drauf schießen. Jawoll. Da kann sie unsichtbar machen. Nadelstalker. Das ist aber nicht nett. Da macht sie gleich unsichtbar. Die bringen ordentlich Erfahrung. Aber die haben Schild, man. Krass. Also. Blau. Oh yeah. Oh yeah. Da lohnt sich doch die Sniper. Ja. Kämpf einmal um das Shit. Häp, häp, häp. Ja, ich hab nur meine... Oh, hinter uns, hinter uns. Au. Häp. Häp. Das war aber nicht nett kleiner. Not, 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 not. Not, 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 let's not very nett. Ich hab mal einen schönen Elektroschock verpasst hier. Hüp, hüp, hüp. Da du Kleides. Was sind denn das für Viecher? Das ist so eine Mischung aus Drache und Eidechse und Fledermaus. Noch nachher unsichtbar, ist nicht so schön. Das haben die von dir bestimmt, das haben die bestimmt abgeschaut. Hat der noch gar nicht gezeigt? Alter, wie viele, das hört ihr. Und weg ist er. Weg ist er. Und, wo kommt er wieder? Ah, dahinten. Feierabend. Oh, noch einer. Und weg. Ja, gleich wieder schön einkaufen jetzt. So. Okay, fertig. Wollen wir? Fertig. Ja. Ähm. Standort. Sanctuary. Nicht gefunden. Oh nein. Ich darf nicht. Oh nein. Geh zu der Iridium Extraction Plant in der Nähe. Ich glaube, ich muss dich zu deinen Freunden zurückschicken. Wenn du uns wieder verarsst. Verarsst uns nicht. Verarsst uns nicht. Du Slumpy. Roland, Lilith und Mordecai hat er vor langer Zeit besiegt. Sie können dir helfen, zu ihm zu kommen. Aber letzten Endes wirst du es sein, der ihn zur Strecke bringt. Oh ja. Wir werden es sein. Was gab es da? Was war es? Irgend so eine Sub-Machine Gun. Ach, das wüsstest du jetzt gerne. Was war das? 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 Ist das ein Feind? Oder ist das ein Arschloch? Ist das ein Arschloch? So. Oh. Oh. Alter, was für ein Schaden. Oh, da oben kommt so ein Stinker. Nadel-Stinker. Nadel-Stinker? Wo? Was wirft mit der? Äh, Nadeln. Nadeln? Würde ich mal sagen. Teleportmenü hier. Sind wir am Strickkurs oder was? Hör mal auf mit der Scheiße da. Seh, fix. Hallöja. So alle auf die Frästen. Zack. Weißt du, irgendwo noch einer? Ja, da hinten versteckt er sich. Der ist schwach schwach im Kopf. Tief. Ja, ja, ja. Munition. Hier ist noch einer. Ich sehe ihn bloß nicht. Ihr läuft da. Hä? Schaffst du schon? Ich glaube. Ich glaube an dich. Ja, komm her. Wow. Boah, Alter. Die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Ja. Sind echt nervig. Die sind echt viel zu schnell. Oh, no way. Und die bekämpfen sie auch noch selber. Oh, Säureschaden. Roboter. Oh, ich hab auch einen Säureschaden. Das ist schon Dachschaden. Ja. Ah, ah, ah. Das hab ich. Oh, oh. Oh, oh. Oben bei uns. Flammenwerfer. Monster. Oh. Das ist nicht nervig. Oh, Säureschaden bringt echt einiges. Oh, ja. Nice, nice. Und bei der Menge, die da unten noch rumhüpft, brauchen wir den auch. Oh. Oh, so ein Nadelstreicher. Na, da brauchst du theoretisch erst was Schock gegen den Schild. Und dann Feuer gegen den Körper. Hm. Gibt's da nicht in einer Waffe? Oh, da kommt noch einer. Oh. Elektroschock. Ja, dann mal abwärts. Ja. Hyperion, das ist doch ne Waffenmarke. Vielen Dank. Ja. Mach auf, ich will ne Hyperion Waffe. Ja auch. Hm. Aus, ich glaub wir gehen direkt hinter, oder? Erkunden können wir ja immer noch irgendwann. Ostern oder so. Hm. Oh. Hast du eine Stadt hier? Ah, ist ein Staudamm. Alter. Krass. Ja. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Oh, Liebner. Oh, ganz viele Roboter. Da hab ich ja noch die richtige Waffe. Na, kommt her. Säure for the win. Oh, ganz viele Roboter. Ja. Hier gar keine. Ah, hier. Peng. 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 Achja. Achja. Ja. Wo sind die Roboter? Wo sind die Roboter? Nicht so mit. Ja. Da ist ein Ingenieur. Ja. Was willst du hier? Hier gibt's nichts zu reparieren. Du bist doch kein Roboter, Mann. Sind die Menschen hier dabei? Da hinten. Ah. Boah. Säure. Jawoll, da guckst du. Peng. Ja, schaust dir grün aus. Das ist stark. Alte Pappnase. Haben wir Ingenieur hier? Was ist ein Trick? Die haben deinen Trick durchschaut. What? Ja, hat er zumindest behauptet. Er ist ja auch Ingenieur. Stimmt. Den kannst du nicht so leicht was vormachen. Jam. Hallo. Hallo, Oberkop. Oh. Wie gesehen, den haben wir die Füße weggeschossen. Wow. Huch. Eine Granate geworfen. Da ist noch ein Kistchen. Überquere den Wasserlauf. Aha. Ja. Alter, wie geil das wäre, wenn dieser Damm hier einbricht. Oh, wir schießen mal drauf. Oh, da komm. Roboter raus. Wow. Robo Pimmel. Der Exploder hat die Brückensteuerung zerstört. Ach, toll. Zünde einen anderen Weg über den Fluss. Rüben. Huah. Fuck you. Wow. Hey, der Planet schießt wieder auf uns. Planet? Was für ein Planet? Ja, hier. Dieses Leuchtt. Ach so. Dieses Star Trek Raumschiff. Hör auf damit. Ja, anderen Weg über die Brücke. Ich würde sagen, wir müssen... Ah, hier ist da so ein Aufzug. Au. Oder so ein... Wo steckst denn du überhaupt? Ach, du kämpfst hier vor dich hin? Ja, hier war gerade so ein... ...Lusionsroboter. Der hat mir nicht so gut getan. Schau mal, hier hinten ist so ein... ...Lift. Oder so eine Schwebebahn, die hier immer hin und her fährt. Ja, das ist 100% der Weg. Gute Idee. Meine Munni. Meine Munni. Meine Munni. Ich hab alles. Ah, verdammt. Roboter. Denkt an eure drei Gebote. Jack ist euer Gott. Äh... Ja. Ah. Hat funktioniert. Los geht's. What? Ach so, es kommt hier rüber. Ja. Hier vorne ist los. Ah. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Jetzt. Äh. Los geht's. Ah. Hatschi. Let's go. Muss da vielleicht noch jemand drücken? Oh. Nein. Gibt's gleich einen Code-Wort? Es geht los. Damit könntest du über den Fluss kommen. Ja. Schön wie schlau die ist. Da sind wir schon lang drin. Wir sind schon fast drüber. Damit müsst ihr über den Fluss kommen. Einen Versorgungstransmitter brauchen wir jetzt. Was auch immer das sein mag. Ja. Nur damit wir uns in diese scheiß Stadt porten können. Kannste auch nehmen. Brauch ich nicht. Ich brauche alles. Oh. Eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit. Also in Borderlands lernst du Worte die länger sind als du die merken kannst. Echt hart. Cool. Wow. Wow. Bist du ein Hund? Ne. Ist grad so ein großer Opfer da gekommen. Ah. Jetzt ist er wieder klein. Ja komm her. Lol. Hast du ihn schon hier gemacht? Nö. Irgendwie. Wow. Der feuert fett Leuchtraketen auf dich. Au. 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 Das ist nicht nett. Oh oh komm. Yeah. Mit vereinter Säurekraft. Oh das ist echt super. Reparaturreport. Oh. So. Oh. Das ist nicht nett. Ähm. Willst du auch eine Säure Sniper? Oh. Ja. 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 Ich seh das von hier wie deine Augen immer das Leuchten anfangen wenn ich Sniper sag. Haha. Keine Ahnung gefällt mir irgendwie ziemlich gut. Aber ich hab auch glaub ich am meisten Spaß mit der Sniper. Obwohl ich eigentlich einen falschen Skin dafür hab oder falschen Mann. Ne. Ich glaub nicht. Ich glaub deiner. Du musst dann mal deine Skills anschauen die du später freischalten kannst. Da. Ich glaub das äh Scharfschützen Dasein ist durchaus ne Spezialität von dir. Ja. Das wäre super. Ja. Dann nehmen wir doch mal den Lunaren Versorgungstransmitter auf. Whatever das ist. Das sieht einfach mal ziemlich mächtig aus. Ja. Das sieht mächtig aus. Da brauchen wir Feuer. Hast du was mit Feuer? Ja. Ich muss doch kurz weg sein. Oh. Und Schild. Wo ist es hin? Unter der Erde. Oh. Du. Das war nicht nett. Ach du Scheiße. Au. Wow. Der watscht ja nach mir. Ja auch. Jetzt baut er wieder Schild auf. Und da kommt wieder Roboter. Leck mich doch am Arsch. Ich hab ne elektrische Waffe mit Schild. Ja. Ah. Stirb. Erst gleich tot. Oh. Ich auch. Oh. Du auch. War's nicht gut. Nein. Bin schon unterwegs. Bleib mir hier noch vorbei. Fire. Alter. Danke schön. Bäh. Dankeschön. Dankeschön. So. Gleich haben wir's geschafft. Oh nein. Nicht schon wieder. Du musst sie töten. Ja. Ich hab's geschafft. Ja. Wow. Oh. Nein. Nicht explodieren. Oh. Ich hab nen Schnellfeuersniper. War nicht schlecht. Die grüne. Ja. Meine auch. Achso. Aber meine ist gedrückt halten und wie DMR halt. Ah. Und du hast so nen Feuerstoß oder? Ja genau. Mag ich nicht bei ner Sniper. Ja. Mhm. den müssen uns sagen. Aber es ist okay. Okay. Alter. Ich hab nen Schild gefunden mit ner Kapazität von 809. Willst du den? Äh. Bitte? Was war? Ein Schild mit der Kapazität von 809. Wow. Ja. Ich steh auf Kapazität. Alright. Here it is. Dankeschön. Yeah. Boah. Ich hab's direkt aufgenommen. Ja. Tja. Jetzt sterben wir fast nur um ihm die Macht. Hast du jetzt mehr äh Schild als Leben? Ne. Ja. Ich hab 815 Schild und 500 lädt grad noch auf. Okay. 600 Leben. Haha. Okay. Mal einen kritischen Blick auf die Uhr werfen. Wollen wir jetzt dann oder was heißt wollen wir müssen jetzt dann bald leider eigentlich jetzt schon Schluss machen. Mhm. Mhm. So ist es. Schauen wir jetzt noch kurz hier um. Ja, der ist der Geld wohl immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht. Pfff. Na gut, dann würde ich sagen, seht ihr in der nächsten Folge wie es weiter geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir Hingen. Tschüh. Bis zum nächsten Mal.